so freunde da sind wir herzlich willkommen zur 271 folge der honigfarbe bei mir heute als gast der wunderbare boost die booster bradwurst wo habe ich den applaus da ist das freut mich guten abend an alle zuschauern an alle die das im nachhinein sich reinziehen werden freut mich dass ich hier sein darf erinnerst du dich noch an die hammerbande also die gruppierung lina e ihren hobby es war anders denkenden und vermeintlich anders denkenden die schädel einzuschlagen dass die bundsregierung nicht die konsequenz daraus gezogen hat hammer zu verbieten oder hammer verbots zonen einzurichten ja oder nur noch haben wir mit einer länge von weiß ich nicht fünf zentimetern einzuführen aber warte kurz das ist ja gewalt die man nicht unter den teppich kehren muss oder verhindern muss oder sowas die ignoriert man einfach weitestgehend ja also was los gewesen wäre wenn es eine gruppierung dieser art der rechten geschmacksrichtung gegeben hätte also gab es jemals eine folge lands ich weiß nicht es ist so oft eine frage wo das thema war die hammerbande ich glaube nicht na gut jedenfalls gibt es jetzt neuigkeiten von der hammerbande die in ungarn aktiv war damals hatte man ja am tag der ehre jährlich stattfindendes angebliches nazi treffen unter anderem drei polnische touristen und einen ungar der einfach nur auf dem weg zur arbeit war kaputt gehauen die meisten wenn nicht alle der deutschen täter hat man bereits erwischt eine italienische mittäterin die laria salis die wurde ebenfalls verhaftet ist jetzt aber frei weißt du warum die hat doch irgendwie ein mandat für den italienische für das italienische parlament und damit durfte die dann da raus so sieht es aus das linksgrüne bündnis alianza werde die sinistra hat sie bei der eu-wahl als kandidaten aufgestellt die haben dann 6,7 prozent geholt und damit sitzt die dame jetzt im eu-parlament und genießt immunität wie wie kann das sein also ist 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 das rechtens offenbar ja aber du bekommst eine straftat bekommst dann irgendein ein parlamentarisches amt und bist dann immun oder wie so sieht es aus also ich bin ja jetzt nicht juristisch tief drin aber so sieht es aus für mich jetzt wäre die frage angebracht wieso man dem höcke irgendwie bereits zwölf mal die immunität entzogen hat um wegen dem scheiß zu ermitteln und das dann nicht geht keine ahnung aber egal das ist nicht die neuigkeit die neuigkeit betrifft jetzt einen deutschen gewalttätens namens simeon ravitrux der jetzt nicht mehr simeon heißt sondern maya und nonbinär ist mit hämmern und schlagstöcken prügelten linksextremisten aus deutschland auf ihr opfer aus der neonazi szene in budapest ungarn ein lüge ich weiß nicht mal ob da wenigstens ein sogenannter neonazi unter den opfern war die überfälle erfolgten ja nicht weil man die opfer aus der rechtsextremen szene kannte sondern weil sie an diesem tag in der stadt waren und dann teilweise tarnkleidung trugen hat der typ der auf dem weg zur arbeit war der hatte mit der demo gar nichts zu tun richtig er ist einfach nur zur scheiß arbeit gefahren und trug dabei hat eine cargo hose mit tarnmuster ich das mal vor was sie damals nicht bedachten eine überwachungskamera filmte alles mit und im knast ist es woanders bei weitem nicht so gemütlich wie in deutschland ein mitglied der sogenannten hammerbande soll der thüringer simeon t23 sein den zielfahrendern einer berliner wohnung fasten im blitzverfahren wurde er in die juni mitten in der nacht nach ungarn abgeschoben jetzt jammert der mutmaßliche schläger in briefen aus dem öffentlichen gefängnis über kakerlaken das allein sein und die täglichen leibes visitationen der 23 jährige der sich mittlerweile als non-binäre person maya identifiziert hatte anlässlich einer solidaritätsdemo am wochenende in jena ein grußwort an seine linken anhänger gesendet darin heißt es anfangs war ich entsetzt geschockt über die hier herrschende brutalität und trostlosigkeit jetzt bin ich es nur noch selten die kraft fehlt mir dazu die isolation fast 24 stunden alleine eine kamera die jeder meiner bewegungen erfasst tagtäglich in fesseln gelegt und von kopf bis fuß durchsucht zu werden der knast sei wie gift das sich langsam im körper ausbreitet es lähmt auch der vater von simeon schrägstrich maya das auf der kundgebung aus einem brief berichtet von regelmäßigen leibes visitationen auch die unterhose ausziehen müssen ja kaspar wir haben das äquivalent gerade auch im knast sitzen und und er so ja alles chillig hier ja also keine keine kein äh hat ja nicht den hauch einer chance ja richtig dass daraus ein politikum wird und man ihn dann zurückführt oder so oder frei lässt oder ähnliches ja was ja bei simeon ravi trux durchaus gegeben ist also dass ich bin mir ziemlich sicher dass wenn ich jetzt suchen würde dann würde ich schon welche linksgrünen politiker finden die zu diesem fall öffentlichkeitswirksam stellung bezogen haben ja wie könnt ihr nur also die frage ist auch die wieso ist simeon t plötzlich non binär um ein argument zu haben dafür wieder zurückgebracht zu werden weil ungarn du weißt ja wie das da ist ja da schlägt man ja non binäre personen auf offener straße droht also mit queer und so ist da nicht ihr leben alle in lebensgefahr darum sind es auch so viele fälle bekannt obwohl unsere medien sich nicht sehnlicher wünschen aus ungarn von tot geprügelten trans person oder so na gut in der zelle seien es für den bettwanzen und kakerlaken teilten die linken unterstützer auf x mit dass die behörden budapest wenig zimperlich sind hat sie bereits bei der ankunft des deutschen linksextremisten demonstriert die polizei stellte auf youtube zur schau wie der 23 jährige gefesselt und umringt von schwer bewaffneten beamten überführt wurde dabei wäre der schläger der auslieferung beinahe entkommen sein anwalt hatte einen eilantrag eingereicht das bundesverfassungsgericht untersagte daraufhin sogar die überstellung in das als queer feindlich geltende ungarn na was für zufälle dass dem eine woche vorher einfällt dass er non binär ist wahnsinn oder toll doch die entscheidung kam eine stunde zu spät das lk hatte ihn bereits in budapest abgeliefert 23 jährigen wird wegen mitgliedschaft einer kriminellen vereinigung und gefährlicher körperverletzung in zwei fällen ermittelt er soll angriffen in budapest zwischen dem 9 und 11 februar 2023 beteiligt gewesen sein ja was sagst du die hat bestimmt keinen kein fernseher in der zelle oder davon ist auszugehen ja das müssen wir ändern ja also spenden gehen heute zu 100 prozent an maya t apropos gewalt von links du hast ja noch was aus aus aachen ja in aachen da war ein bisschen was los und zwar schreibt apollo news von dem polizeieinsatz gewalteskalation in aachen an die versuchte veranstaltung der afd-jugend zu stürmen dutzende vermummte versuchten am sonntag der artikel ist jetzt vom vom ersten zehnten oh man jetzt weiß ich gar nicht mehr wo ich war da am sonntag eine veranstaltung der afd jugendorganisation junge alternative zu stürmen nur mit massiven zusätzlichen polizei aufgebot konnte die antifa am eindringen in die räumlichkeiten gehindert werden eigentlich sollte sowas groß in den medien kommen aber tatsächlich habe ich davon erst was mitbekommen nachdem du mir das zugeschickt hattest stell dir vor dass wären rechte gewesen die die linke veranstaltung stürmen wollten lands und so weiter die hätten sich heute und diese woche um nichts anderes gekümmert als um die system die demokratie und so ist am ende am ende die antifa hat am frühen sonntag abend versucht eine veranstaltung der afd-jugendorganisation junge alternative in aachen zu stürmen ja hatte in ein italienisches restaurant im aachener pondviertel eingeladen rund 40 vermunte versuchten nach beginn der veranstaltung in die räumlichkeiten einzudringen nach aussage eines ja mitgliedes wurde bei der attacke ein teilnehmer der veranstaltung verletzt wie die aachener zeitung berichtet hatte der veranstalter bei der afd versammlung laut polizei rund 50 teilnehmer erwartet gegen das treffen demonstrierten 200 personen unter dem motto keine räume für rechte hetze von denen ein kleiner teil schließlich versuchte in die pizzeria einzudringen ein großes polizei aufgebot konnte dies laut einer pressemitteilung der behörden verhindern und stellte die personalien der beteiligten fest dabei sei es vereinzelt zu widerstandshandlungen gekommen es wurden mehrere strafverfahren unter anderem wegen landfriedensbruch widerstand gegen vollstreckungsbeamte bedrohung und verstöße gegen das versammlungsgesetz eingeleitet die personen seien mit einem platzverweis vor ort entlassen worden dann haben wir hier einen screenshot und zwar hat das der michael klarmann keine ahnung wer das ist der kollege auf twitter gepostet um ein paar eindrücke hier zu zeigen in der pontstraße in aachen haben rund 100 antifaschisten gegen einen vortrag der afd und jahr demonstriert beim versuch die gaststätte zu blockieren beziehungsweise in diese zu gelangen also das ist ja wohl ein riesenunterschied kam es zu rangeleien hundertschaft der polizei setzte rund 25 antifaschisten fest ja und dann sehen wir hier in dem linken bild oben das ist dann wohl der eingang also da passen maximal zwei leute auf einmal durch oder so was und ja da haben sich dann mal eben versucht die irgendwas zwischen 25 und 40 leute durchzudrängen die polizei stand davor drängen die dann wieder zurück und dann hatten wir diese typische situation alle wollen doch in den zug sieht aus finde wie eine geile party ja also das muss ich mir hardcore unangenehm vorstellen also ich hätte auch gar keinen bock drauf ob egal wer sich da jetzt trifft mich da vorzustellen und dann irgendwelche parolen zu rufen also da sehe ich mich überhaupt nicht dann da nutzt die zeit doch irgendwie besser und trifft dich mit deinen kollegen und macht selbst was ja oder hat mein opa zu sagen pflegte nicht mal am gangball rumhängen also er dachte mal gameboy heißt gangboy ja guck doch mal die natur wie schön die bäume sind und wie die vögel hier so fliegen und so ja an der versuchten stimmung waren laut aachener zeitung auch linke gruppierungen wie ich jetzt kommt dass free palestine protest camp der stadt beteiligt also für mich ist das einfach so ein widerspruch in sich also du hast aktuell eine regierung die aktiv israel unterstützt und eigentlich solltest du ja dann dementsprechend gegen die regierung schießen aber schießt jetzt gegen die opposition die ja gar nicht mal als ziel israel aktiv zu unterstützen sondern einfach ja die und die unterstützung beider seiten irgendwie ein bisschen runter zu fahren und auf entsprechende verhandlungen oder sowas braucht aber gut die haben sich da auch angeschlossen um die lage in den griff zu bekommen hat die polizei laut der lokalzeitung außerdem einsatzkräfte der bundespolizei hinzugezogen videos in den sozialen medien die unter anderem die antifa gepostet hat zeigen rangeleien zwischen den linksextremisten und der polizei und dann haben wir hier noch mal einen screenshot von der antifa jugend aachen die ganz interessante formulierung hier haben und zwar schreiben die von blockade von jahr vortrag polizei in gewalt ekstase das klingt natürlich so als wenn die als wenn die polizei der initiator wäre das klingt immer so die wollten da nur die wollten da nur rein aber die polizei hat die nicht gelassen gestern entschieden sich bei einer kundgebung von circa 100 personen rund 20 antifaschist innen das steht da nicht da muss ich jetzt darauf verstehen du hast recht antifaschist innen ja da ist man zwar blöde genug um den genderfurt zu setzen aber zu blöde um an das t zu denken aber der stern sitzt an der richtigen stelle das muss sein spontan den eingang zu einem vortrag der neofaschistischen alternativ es tut mir leid ja denn eingang du hast recht ja auf jeden fall in der in der ponschstraße zu lokieren ja da haben wir hier noch mal auf dem screenshot noch mal ein paar bilder ein paar eindrücke davon da ist auch ein video aber ganz ehrlich das video ist nicht sehenswert leute die nur rumschreien und nichts passiert ja im artikel steht dann weiter generell kommt es immer wieder zu attacken auf afd politiker so wurde anfang august auf die wohnung des büroleiters der brandenburger afd-landtagsabgeordneten lena kotré in zorsen ein säureangriff verübt den wir sonst eigentlich nur eher aus muslimischen kulturen kennen ja es besonders beliebt auch im vereinigten königreich jetzt bei volksführigkeit und staatsangehörigkeit das ist da besonders beliebt den sicherheitsbehörden zufolge habe es keine verletzten gegeben die afd erklärt jedoch dass die lebensgefährtin des büroleiters verletzungen erlitten hat ende august wurde ein 71 jähriger wahlkampf helfer der afd in leipzig von einer frau und einem mann angegriffen der mann stürzte und erlitt eine kopfverletzung das landeskriminalamt sachsen sowie die staatsanwaltschaft leipzig ermittelt wegen gefährlicher körperverletzung im mai wurde in schwerin ein mitglied des landtags von mecklenburg-vorpommern ein abgeordneter der afd in einem lokal in der altstaat angegriffen und verletzt ein 52 jähriger mann erkannte den abgeordneten in einer gruppe beleidigte diese und provozierte einen streit anschließend war für einen glasaschenbecher der den abgeordneten am kopf traf und eine platzwunde verursachte die im krankenhaus behandelt werden muss ganz witzig sind alles geschichten nicht gerade zum ersten mal hören interessiere ich auch keine scheiß sau aber ein authentisch geisteskranker 70 jähriger oder sowas wirft ich glaube der schwesig bin ich mir ganz sicher in berlin und wie eine tüte mit medikamenten gefüllt hinterher verletzt dabei niemanden da haben sie einen aufstand gemacht in der presse dass das das hat keiner vergessen darüber zu berichten war anfang des jahres übrigens ja wenn du das sagst der angreifer erklärte gegenüber der polizei dass seine tat politisch motiviert war da er mit den ansichten des abgeordneten nicht einverstanden sei er wurde kurzzeitig festgenommen und danach freigelassen es wurde ein ermittlungsverfahren wegen gefährlicher körperverletzung und beleidigung eingeleitet das war alles soweit zu dem treffen der john a in aachen und den unruhen eingeleitet durch die antifa kann sich noch an die linken demonstranten erinnern die ich glaube anfang des jahres durch aachen gelaufen sind da gab es einen schönen artikel von der aachener zeitung aachen macht mobil gegen rechte hetze und dann gut zu erkennen die fahlenträger ganz vorne mit folgendem motto afdler töten jau nazis abschieben da gab es jetzt nur teil halte ich fest keine anklage wegen afd natürlich das kann ich nicht machen genau bloß das falsche lied auf sylt oder so man macht dich deutschlandweit bekannt tragen banner vor dir her wo drauf steht afdler töten dann interessiert nicht nur keinen ja ist das auslegungssache damit ist gemeint dass afdler wohl andere töten würden also verstehst du so wie nazis töten was ja aber völlig bekloppt ist denn mir ist nicht ein einziger fall bekannt von dem afdler der jemals so jemand getötet hätte also und da macht dieser dieser ich mein das aber anders zwinker zwinker macht da nicht mal sinn aber kein problem staatsverwaltschaft sagt wunderbar weiter so dann sind wir durch muss sie hat sehr viel spaß gemacht ich danke dir vielmals die beziehung sehr viel spaß gemacht ich danke euch hiermals hast du noch letzte worte die sprechen möchtest ja gerne viel vielen dank ja hat spaß gemacht vielen dank gott segne euch gott segne dich busty bis zum nächsten mal alhamdulillah macht's gut